Ich lerne Deutsch. Nummer 423 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Du hast deine Miete seit drei Monaten nicht bezahlt. Warum sollte ich dich länger hier wohnen lassen? Ich hatte mehrere Tage Schmerzen in der Brust und Atembeschwerden. Was stimmt mit mir nicht? Ich hatte mehrere Tage Schmerzen in der Brust und Atembeschwerden. Was stimmt mit mir nicht? Ich war in allen Geschäften. Allerdings habe ich nur eine einzige reduzierte Handtasche gefunden, die mir gefällt. Bei dieser Hitze brauche ich unbedingt ein Eis am Stiel. Bei dieser Hitze brauche ich unbedingt ein Eis am Stiel. Heute haben wir eine Theateraufführung in der Schule. Meine Eltern schauen zu. Heute haben wir eine Theateraufführung in der Schule. Meine Eltern schauen zu. Reisen ist und bleibt eine Lieblingsbeschäftigung vieler Deutscher. Reisen ist und bleibt eine Lieblingsbeschäftigung vieler Deutscher. Entspannung steht an erster Stelle. Spaziergänge mit dem Hund stärken auch das Immunsystem des Hundebesitzers. Mit Taucherbrille und Schnorchel erkunde ich die Unterwasserwelt. Jeder sollte einmal am Tag schwitzen, weil es die Durchblutung anregt. Jeder sollte einmal am Tag schwitzen, weil es die Durchblutung anregt. Wasser ist der Grundbaustein unseres Körpers. Wasser ist der Grundbaustein unseres Körpers. Vor allem im Sommer und beim Sport sollte man das Trinken nicht vergessen. Wasser ist der Grundbaustein unseres Körpers. Vor allem im Sommer und beim Sport sollte man das Trinken nicht vergessen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich meine es ernst. Ich will, dass du mir sofort sagst, wo du gestern warst. Ich meine es ernst. Ich will, dass du mir sofort sagst, wo du gestern warst. Der Gürtel ist kürzer geworden. Er passt nicht mehr um meinen Bauch. Der Gürtel ist kürzer geworden. Er passt nicht mehr um meinen Bauch. Ich habe eine neue Rückleuchte gekauft. Die alte hatte einen Riss. Ich habe eine neue Rückleuchte gekauft. Die alte hatte einen Riss. Wo ist Björn? Er sitzt in der Küche und bemalt Ostereier. Wo ist Björn? Er sitzt in der Küche und bemalt Ostereier. Warum läuft Annika mit ihrem Pferd durch das Wasser? Warum läuft Annika mit ihrem Pferd durch das Wasser? Momentan sind Radieschen besonders günstig. Es gibt eine Überproduktion. Momentan sind Radieschen besonders günstig. Es gibt eine Überproduktion. Morgen mache ich meine Fahrprüfung. Ich bin ganz nervös. Morgen mache ich meine Fahrprüfung. Ich bin ganz nervös. Morgen mache ich meine Fahrprüfung. Ich bin ganz nervös. Mit Unterstützung der Stadt konnte unser Verein den ersten Spielplatz in der Umgebung errichten. Mit Unterstützung der Stadt konnte unser Verein den ersten Spielplatz in der Umgebung errichten. Ist das Gemüse aus eurem eigenen Garten? Ist das Gemüse aus eurem eigenen Garten? Ist das Gemüse aus eurem eigenen Garten? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. und gib uns bitte ein Like. und gib uns die auf die Aufwand. und gib uns die Aufwand. Ich habe die Aufwand.